Da ich selbst Mitglied vieler Vereine in unserem Ort bin, weiß ich, dass durch die Corona-Pandemie unser Vereinsleben massiv beeinträchtigt und belastet wurde oder sogar streckenweise fast zum Erliegen kam. Nun heißt es, wieder aktiv zu werden, damit unser gesellschaftliches Leben und das soziale Miteinander aufblüht. Hiermit sichere ich allen Vereinen meine vollste Unterstützung zu. Untertitelung des ZDF, 2020